Ich bin Gabriel und ich bin von Lepa und bei Lepa erstellen wir seit zwei, drei Jahren Bitcoin-Software. Wir bauen Bitcoin-Systeme, mit Bitcoin bezahlen, pay like a boss und heute möchte ich mit euch auch ein Geldsystem bauen, zumindest als Gedankenexperiment und dabei möchten wir ein bisschen herausfinden, was es denn genau für Ansprüche so gibt an so ein Geldsystem. Ja und dazu bauen wir uns eine ganz, ganz einfache Welt mit einer super simpelen Ökonomie und ja, somit stelle ich euch den Planeten Pekania vor und da leben Pekania, ein ganz simples Stammesleben ja und diese Pekania haben aber ganz erdliche Namen, Alice, Bob, Charlie, die üblichen Verdächtigen und die haben riesen Nüsse, also auf dem Planeten, die sie essen und diese Nüsse, die sind alle genau identisch, also eine Nuss ist genau gleich wie die andere und ansonsten haben wir auch gar keine Produkte oder Dienstleistungen, also wie gesagt, die Ökonomie ist super simpel. Und jetzt wollen wir für diese Pekania ein Geldsystem bauen, das so optimal wie möglich ist natürlich. Ja, hier seht ihr noch, wie die aussehen, dieser Pekania ist super glücklich, weil er gerade eine Nuss gefunden hat und ja, starten wir mal das Gedankenexperiment. In der ersten Phase sieht das so aus, dass jeder Pekania, wenn er eine Nuss findet, dann isst er die gleich und das erinnert irgendwie so an Tiere, das ist also keine komplizierte Zivilisation oder so und weil das so einfach ist, brauchen die auch noch gar kein Geldsystem. Und wieso brauchen die kein Geld? Ja, das hängt damit zusammen, dass die eigentlich, die schöpfen zwar Wert, aber die schöpfen vor allem nur Wert für sich selber und da merken wir schon, Geld hat irgendwie was zu tun mit Wertschöpfung, aber es hat eben damit auch zu tun, wie wir diesen Wert mit der Gesellschaft teilen. Gut, gehen wir in die nächste Phase. Was jetzt passiert, ist die Pekania, die lagern ihre Nüsse zusammen in einem gemeinsamen Lager. Und die Alice zum Beispiel, die hat jetzt zehn Nüsse geerntet. Nun brauchen wir natürlich eine Buchführung, damit wir von all den Nüssen im Lager wissen, wie viele davon stehen denn der Alice zu. Und wenn wir jetzt auf diese Buchhaltung schauen, dann sehen wir, es wurden insgesamt 100 Nüsse gesammelt oder es sind insgesamt 100 Nüsse im Lager jetzt und zehn davon stehen Alice zu. Gut, das ist noch ziemlich einfach. Ich möchte jetzt aber gleich noch eine Terminologie einführen und zwar möchte ich damit ein bisschen Verwirrung in der Zukunft versuchen zu unterbinden. Und zwar haben wir auf der einen Seite haben wir so eine reale Nuss und auf der anderen Seite haben wir diese Werte hier und das sind ja eigentlich Buchhaltungseinträge, das sind nicht wirklich Nüsse, auch wenn wir es hier Nüsse nennen, aber wir haben auf der einen Seite den Buchhaltungseintrag, auf der anderen Seite die reale Nuss und damit wir uns das nicht verwechseln, nennen wir jetzt einfach mal die realen Nüsse nach wie vor Nuss und die Buchhaltungseinträge nennen wir einfach mal Thaler. Jetzt natürlich, also wir passen die Buchhaltung an, da steht jetzt überall Thaler, aber das System ist natürlich noch genau das gleiche, da steht jetzt einfach ein anderes Wort. Okay, gehen wir zur, schauen wir, was noch spannend ist über diese Buchhaltung. Also natürlich ein Thaler entspricht immer einer realen Nuss, ja, das haben wir so festgelegt und das bedeutet natürlich auch, wenn es mehr Nüsse hat, dann braucht es auch mehr Thaler in der Buchhaltung oder das führt dazu, je mehr Nüsse es im Lager hat, desto mehr hat es Thaler in der Buchhaltung. Okay, lasst uns mal zur nächsten Phase gehen. Wir führen jetzt Jahreszeiten ein auf Pekania und das sorgt dafür, dass wir eigentlich im Sommer eine ganz gute Nussernte haben. Da gibt es also reichlich Nüsse, während es im Winter nur sehr wenige Nüsse gibt. Nun gibt es noch ein Problem. Diese Nüsse, die können nur für drei Monate gehalten werden, bevor sie verfaulen. Das sorgt also automatisch dazu, dass es im Winter immer weniger Nüsse hat als im Sommer, ja. Und wir Menschen, wir haben so ein Instinkt, dass wir, die meisten von euch eigentlich schon fühlen sollten, ja, wenn jetzt diese Nuss knapper ist, dann ist sie irgendwie auch wertvoller, ja. Das ist eigentlich korrekt, das ist wie wir, was bei uns passiert, wenn wir merken, etwas ist knapp, dann denken wir, das ist wertvoller. Ja, gut, Alice hat nun eine Idee. Sie möchte im Sommer, wenn es ganz einfach ist, Nüsse zu sammeln, möchte sie viel mehr Nüsse sammeln, als sie eigentlich essen kann und möchte diese alle im Lager einlagern. Und somit steigt natürlich ihr Saldo an Talern. Sie spart quasi Taler, ja. Und dann im Winter möchte sie ja, wenn es hart ist, Nüsse zusammen, möchte sie einfach zu Hause bleiben und einfach nur Nüsse vom Lager beziehen und ihr Saldo schrumpft wieder. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Die Nüsse, die sie selber gelagert hat, die verfaulen natürlich bis in den Winter, ja. Das heißt, sie kann nicht ihre eigenen Nüsse beziehen, sie kann also nur die Nüsse beziehen von jemandem anders, der im Winter Nüsse gesammelt hat und die ins Lager stellt. Das Problem ist aber, diesen Anreiz, den Alice hat, hat nicht nur Alice, sondern den haben alle. Also stellt sich die Frage, wer sammelt denn überhaupt Nüsse im Winter? Und das Resultat, das passiert, ist, dass es im Sommer dann viel zu viele Nüsse hat und im Winter eigentlich gar keine. Das heißt, Alice kann auch nichts beziehen, das geht nicht auf. Aber was passiert ist, ist, dass eine Situation, die sowieso schon relativ unvorteilhaft war, dass es im Winter einfach weniger Nüsse gibt, die haben wir mit unserem System noch verschlimmert. Denn wir haben die Anreize so gesetzt, dass im Winter gar niemand mehr Nüsse ernten will. Ja, natürlich wollen wir ein besseres System haben, das besser funktioniert für die Picanier, aber wieso ist denn das genau passiert? Was ist das zugrunde liegende Problem? Es scheint irgendwas mit dieser fixen Bindung von einem Taler zu einer Nuss zu haben. Das scheint das Problem zu sein. Denn eine Sommernuss ist ja eigentlich nicht das gleiche wie eine Winternuss. Natürlich, physisch ist das die genau gleiche Nuss, aber wir haben vorhin gelernt, dass im Winter diese Nüsse knapper sind und deswegen sind sie irgendwie wertvoller. Unser Geldsystem, das wir bauen, macht bis jetzt einen Unterschied nicht. Wir sagen einfach, ein Taler ist eine Nuss. Und das ist eigentlich das Problem, weil im Winter sollte man eigentlich mehr für eine Nuss bezahlen müssen als im Sommer. Schauen wir uns das Ganze kurz mathematisch an. Keine Angst, es ist nicht so kompliziert, aber wir möchten jetzt eigentlich anschauen, wie errechnen wir denn genau den Preis einer Nuss. Und das ist ganz einfach. Es ist eigentlich nur die Gesamtmenge aller existierenden Taler in der Buchhaltung geteilt durch alle Nüsse, die im Lager sind. Und jetzt ist es so, dass die Anzahl Nüsse, die ist natürlich variabel. Es hat mal mehr, mal weniger. Und damit jetzt die Geldmenge fix bleibt, so wie wir es bis anhin hatten, muss sich dann gemäß unserer Formel halt die Geldmenge verändern. Aber schauen wir uns das am besten gleich in einem Beispiel an. Wir haben jetzt die Situation, dass es 20 Nüsse gibt und in der Buchhaltung 20 Taler hat. Dann ist eben, eine Nuss kostet dann halt einen Taler. Wenn es jetzt also mehr Nüsse gibt, sagen wir mal 100, dann muss die Geldmenge sich auch verändern. Die muss dann auch 100 werden, damit eigentlich eine Nuss wieder einen Taler kostet. Okay, soviel zu dieser Gleichung oder zu dieser Formel. Jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen ja eigentlich gar nicht einen fixen Preis haben. Das ist ja unser Problem. Wir wollen ja einen variablen Preis haben, der im Winter höher ist als im Sommer. Nun, wie könnten wir denn das erreichen? Also wenn wir die Formel anschauen, dann merken wir, wenn wir die Geldmenge fix haben würden, dann würde der Preis automatisch variabel werden. Probieren wir das einfach mal aus. Wir haben also wieder diese Situation, es hat 100 Taler in der Buchhaltung und 100 Nüsse im Lager und eine Nuss kostet einen Taler. Jetzt sagen wir, wir wissen schon, die Nussmenge wird sich verändern, aber wir sagen, wir lassen die 100 Taler einfach auf diesem Level fixieren. Es wird für immer nur 100 Taler geben. Was passiert also jetzt? Der Winter kommt, es hat weniger Nüsse, es hat nur noch 20 Nüsse. Wir fügen die Werte ein und wir merken, dass der Preis pro Nuss jetzt 5 Taler ist. Und irgendwie ist das doch genau das, was wir erreichen wollten. Im Winter ist die Nuss jetzt also mehr wert als im Sommer oder kostet mehr. Ja, und wenn wir jetzt da noch mehr, ein paar mehr Rechnungen machen würden und ein bisschen mehr testen würden, dann würden wir merken, dass diese Formel perfekt für uns aufgeht und das Problem perfekt löst, dass im Sommer die Nüsse billiger werden und im Winter teurer und einfach genau in diesem Verhältnis, wie wir das brauchen. Ja, die Buchhaltung sieht nun so aus, dass eigentlich egal wie viele Nüsse es hat und egal wie die verteilt sind, das Total wird immer 100 Taler sein. Ja, und dieses System ist super, das funktioniert perfekt für die Pekanier und das läuft so einige Jahre, aber dann passiert was und zwar ist in einem Jahr die Ernte ein bisschen schlechter als in den anderen Jahren. Das ist ja eigentlich gar nicht so tragisch. Wir kennen das von unserem Planeten auch. Manchmal gibt es größere Erden, manchmal weniger große. Aber trotzdem sind die Pekanier besorgt über diese Situation. Aber jetzt kommt Frank und macht einen Vorschlag. Er sagt den anderen Pekaniern, er möchte die Nusswirtschaft ankurbeln. Hm, okay. Er sagt, er kann das machen, indem er die Nachfrage an Nüssen erhöht. Ja, okay. Und wie macht er das? Er schafft einfach 100 neue Taler für sich selber und dann geht er Nüsse kaufen damit. Und ja, das geht ja auf. Wenn er Nüsse kauft, dann hat das ja eine größere Nussanfrage. Scheint zu stimmen. Ja, gut. Jetzt, ah, sorry. Das war die Buchhaltung, nachdem Frank diese Taler erhöht. Wir haben jetzt trotzdem die Geldmenge geändert, obwohl das vorhin so gut funktioniert hat. Und Frank hat jetzt 114 Taler, aber Alice hat immer noch 10 Taler. Und Alice schaut jetzt auf ihr Konto in ihrem Steinzeit-E-Banking und sie sieht da, ah, ich habe ja immer noch 10 Taler. Alles ist super, ja. Und sie weiß, sie hat von Frank gehört, bald geht es der Wirtschaft viel besser. Da freut sie sich natürlich. Und Alice ist happy und schaut ganz rosig in die Zukunft. Ja, was ist denn jetzt aber wirklich passiert? Schauen wir uns das mal genauer an. Also die Nussmenge hat sich natürlich nicht verändert. Das Lager ist immer noch genau gleich. Denn Frank hat ja keine Nüsse gesammelt. Er hat einfach die Geldmenge verdoppelt. Okay, was ist da passiert, als er das gemacht hat? Wir haben ja jetzt gelernt, wie wir den Preis einer Nuss errechnen können. Und wenn wir das ausrechnen jetzt, dann merken wir, dass eine Verdoppelung der Geldmenge zu einer Verdoppelung des Preises führt. Alice kann sich also nur noch halb so viele Nüsse leisten jetzt, ja. Und alle anderen übrigens auch. Außer Frank, der hat jetzt viel mehr Thaler. Ja, was ist denn mit der Nachfrage passiert? Die Nachfrage durch Frank ist tatsächlich explodiert. Da hat er recht gehabt. Aber alle anderen können sich ja nur noch halb so viele Nüsse leisten, weil der Preis doppelt so teuer ist. Und deswegen hat sich die Nachfrage durch alle anderen eigentlich halbiert. Das heißt, die Gesamtnachfrage ist nicht gestiegen, wie Frank das den anderen vorgemacht hat, sondern die ist genau gleich geblieben. Was ist aber noch passiert? Frank hat sich auf Kosten der anderen bereichert. Der isst jetzt allen die Nüsse weg, ja. Also lasst das euch mal eine Warnung sein. Wenn immer jemand kommt und euch sagt, hey, ich will die Geldmenge erhöhen für dich, damit es dir besser geht, passt auf, ja. Der will an eure Nüsse. Okay? Also. Was ist denn, wie können wir das Problem denn lösen, dass das in unserem Geldsystem nicht passiert? Das Problem, was wir haben im jetzigen System, ist eigentlich ein Anzeigefehler, ja. Wir zeigen der Alice ein Saldo an, das ihr nicht wirklich hilft. Wir zeigen ihr nämlich den Nominalwert an Talern an. Das ist aber nicht wirklich viel aussagend, denn was sehr entscheidend ist für sie, ist, wie viele Taler, gemessen an der Gesamtmenge, welchen Anteil an Talern, gemessen an der Gesamtmenge aller Taler besitzt sie. Ja, also ganz einfach ausgedrückt, wenn Alice zehn Taler hat und insgesamt gibt es zwölf Taler, dann ist Alice wohl ziemlich reich, ne. Aber wenn sie zehn Taler hat und insgesamt gibt es eine Million Taler, dann ist sie wohl nicht so reich. Also ist jetzt not rocket science, ist keine Hexerei, ne. Also dieses Verhältnis zu der Gesamtgeldmenge ist extrem wichtig. Sonst sagt es eigentlich nichts aus. Die rohe Zahl, die Nominalzahl sagt nichts aus. Ihr wahre Saldo wäre also eigentlich der Anteil an der Geldmenge, den sie besitzt. Ja, und wenn wir jetzt unser System anpassen und das jetzt neu auch anzeigen, dann sieht das so aus, dass bevor Frank eigentlich die Geldmenge erhöht, besitzt Alice zehn Prozent der Geldmenge. Nachdem Frank die Geldmenge erhöht, besitzt sie nur noch fünf Prozent. Ja, jetzt wenn Alice das gesehen hätte, als sie auf ihr Konto geguckt hat, dann hätte sie natürlich gedacht, ja etwas ist da nicht so ganz richtig, da gefällt mir was gar nicht und hätte sich natürlich gewehrt gegen den Vorschlag von Frank. Ja, nun, riesiger Schockmoment. Ratet mal, wer denn diese Anzeigefehler noch macht. Genau, deine Bank. Ja, wenn man dieses Saldo also korrekt anzeigen würde, dann hätten wir noch heute eine Revolution. Denn dann wäre diese ganze Gelddruckreihe, würde die sofort auffliegen. Und das ist auch ein berühmtes Zitat von Henry Ford, der sagt, es ist ganz gut, dass die Leute nicht verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert, denn sonst hätten wir eine Revolution bevor morgen. Ja gut, wir konnten jetzt diese Gedankenexperimente noch ewig weiterführen und da verschiedene Punkte noch mit einbeziehen. Und ich fordere euch auch auf, das zu machen und euer Hirn ein bisschen zu trainieren und über dieses Thema nachzudenken. Aber heute haben wir leider nicht so viel Zeit gekriegt. Deswegen machen wir das heute nicht. Es gibt auch noch andere Aspekte, diese andere Anforderungen an ein Geldsystem, die sehr wichtig sind. Die können wir heute auch nicht mehr anschauen, sondern wir wollen jetzt dieses System implementieren, denn wir wissen ja jetzt, was wir für Anforderungen haben und dann können wir jetzt zu bauen beginnen. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen eine Buchhaltung, das haben wir gesehen und natürlich würden wir heutzutage moderne Technik verwenden, hochverfügbare Systeme, alles super effizient. Aber um das leicht zu halten, sagen wir, das sind Implementationsdetails. Wir sagen einfach, wir haben den perfekten Buchhalter, der ist super effizient, der schläft nie, der kann mit Lichtgeschwindigkeit Bucheinträge schreiben. Okay, und dann haben wir das System gebaut. Jetzt ist ja alles perfekt. Nicht wirklich. Es gibt eben noch ein Problem, das nichts mit Effizienz zu tun hat. Und zwar ist diese Versuchung, die Geldmenge zu erhöhen, wie es Frank gemacht hat, einfach viel zu groß. Und unser Buchhalter würde früher oder später, würde er einfach für sich selber ein bisschen mehr Thaler hinzufügen. Nur ein klitzekleines bisschen, die anderen merken es nicht und dann am nächsten Tag mehr und mehr. Ja, und selbst wenn er das nicht machen würde, dann würden bestimmt andere Pekianer Druck auf ihn ausüben, damit er für sie mehr Thaler erschafft. Ja. Und diese Versuchung ist so groß, dass wir keine einzige Nation auf der Welt haben, die ihr Geld nicht so verwässern würde. Ja, also es hat keine Nation geschafft, dieses Problem zu lösen und das während der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich nicht. Ja. Wir haben also ein riesiges Problem hier, das extrem schwer zu lösen ist. Und auch hier habe ich heute leider nicht die Zeit, euch zu erklären, wie wir das lösen können. Aber was ich machen möchte, ist, dass ich euch auf dem Weg mitgeben möchte, dass Bitcoin, die bis jetzt beste Lösung ist, die wir als Gesellschaft haben, um genau dieses Problem zu lösen. Und wie es das löst, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es macht einfach dich zum Buchhalter und du hast natürlich nicht das Interesse, dass irgendjemand deine Kaufkraft oder dein Geld verwässert und somit dir deine Nüsse stehlen kann. Ja gut, somit möchte ich euch eigentlich danken zum Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken, hier noch ein bisschen tiefer einzutauchen und ein bisschen genauer zu schauen, wie denn genau Bitcoin dieses Problem löst. Auf einer technischen Seite, es ist sehr spannend. Und ja, ich hoffe, ihr taucht da noch ein bisschen tief ins Rabbit Hole ein. Danke. Vielen Dank.